Mein Name ist Margitta Weid, ich bin Kirchengemeinderätin an der Stadt- und Frauenkirche in Esslingen. Mein Hauptaugenmerk ist die Diakonie und ich hatte jetzt die Freude bei der Vesperkirche in Esslingen in der Frauenkirche mitzuarbeiten. Wir haben sie das fünfte Mal organisiert, mit großem Erfolg gemeinsam an einen Tisch. Und sehr viele Jugendliche sind auch dazugekommen, ganze Klassen, ganze Gruppen, die uns geholfen haben, den Tag zu bewältigen. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich nochmal. Und nächstes Jahr dann wieder.